servus ein neues video von mir ich bin gerade bei der tesla ladestation in leonenberg beim supercharger und es ist anscheinend heute so dass man kostenlos laden kann gilt nicht nur für die tesla fahrzeuge sondern anscheinend auch für die anderen fahrzeuge sofern die ladestation freigegeben sind ihr seht es hier wir haben hier 0 euro also ihr könnt laden bis um 23 und 59 viel spaß dabei ja ja